Oh Gott, kann man den Schlag aufhören? Aua! Nee, kann man nicht. Mann! Vollidiot, ey. Ist, glaube ich, mit Schaden an, ne? Mit Collision. Ja. Ja, das war echt bitter. So weit waren wir gar nicht auseinander, ähm, Mr. T, will ich schon sagen. Gen X. Was? Was? Ey, der ist so ein Mann in einem Zimmer. Ja, okay, ciao, Hans-Bursch, dann wünschte ich dir eine gute Nacht, ey. Gen X, dann, ne? Mach den Stundenzettel nicht zu voll. Auch mal wieder an sich selber denken. Ach du Scheiße, ey. Hä? Jetzt? Du musst ja voll, voll schlagen hier. Nein! Kann man da nicht drüber schlagen? Nein. Besser wäre gewesen, vorne liegen zu bleiben. Dann hätte man hier hochschlagen können, glaube ich. Ja, habe ich, bin ich, aber... Neee. Zu dumm? Ähm, nicht... Bin genau an der Stelle aufgekommen. Nein! Good night. Good night. 11 zu 12. Letzte Runde, will ich auch sagen, ne? Hm, äh, wo geht's denn hier denn? Ja. Da rechts. Hier? Der Boden ist ein bisschen schräg, oder? Ah, da ist das Loch. Ach! Ich bin genau an der Lampe hängen geblieben. Nee, da geht nicht. Scheiße. Nein! Nein! Ey, diese scheiß Lampe. Was soll das? Och, Mann. Was ist denn mit einer Lampe da, ey? Was ist das denn? Was ist die Lampe da in Ruhe? Hä, warum... Hä? Verstehe ich nicht. Ich habe doch gerade nichts anderes gemacht. Ja, was machst du denn da? Ich... Hä, was soll ich denn sonst machen? Ein bisschen vorschlagen. Ja, habe ich gerade versucht. Ja, so. Und dann jetzt ins Loch. Mein Gott, die Scheiße in die Map. Ist doch gut, ne? Malz rein und passen. Martensaft, hallo. Hä? Ja. Gibt es einen Streamplan mit den jeweiligen Spielen? Ho, 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 ho. Hatte dir sie immer mal vor, aber es ist halt auch immer wieder Aufwand, ne? Oh. Ich habe zumindest, bevor ich krank geworden bin, daran gearbeitet, ein Bild dafür zu erstellen, dass man das immer nur einfügen muss, welches Spiel spielt. Wir haben das ja mal eine Zeit lang gemacht, zumindest für den Tag an dem Tag, aber wir haben uns heute um 19.30 Uhr für dieses Spiel entschieden. Ja. Momentan ist bei uns nicht, weil so viel dazwischen kommt, weil so viel dazwischen kommt, sorry dafür, Leute. Wir versuchen uns wieder zu bessern und mehr Routine reinzubringen. Ich weiß doch, ihr braucht alle Routine, ihr Alten. Mann, was hoppelt der Ball denn jetzt so kacke? Ihr Alten Almans. Alten Almans. Oh, Gleichstand. Alter, ey, das ist hier richtig, ist wie auf dem Golfplatz hier, das ist richtig frustrierend, die Map. Hä? Hä, wo soll man denn da hin? Zum Elfenpart. Äh, Paf. Wo soll man hin? Das ist eine Kanone. Was ist eine Kanone? Da ist eine Kanone. Wo ist sie denn? Links. Lol. Wo bist du denn lang? Was soll das denn? Aber man guckt ja nicht geradeaus. Ja, ich weiß. Ich habe auch erst doof geguckt. Immerhin unter Paar. Äh, Paar. Ja. Ja, sicher. Birdie, Birdie, Vogt. Birdie, Birdie, Vogt. Okay. Ui. 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 Oha. Das war sehr knapp. Weil du kannst nämlich die Weite des Beils beeinflussen mit der Kamera. Mit V-A-L-S-D. Igel, hole Wannen. Was ist das denn jetzt für eine Alice im Wunderland-Map? Alter. Äh? Müsst du schlagen von hier? Scheint so. Schlag auch einfach. Ich auch. Ah, da oben ist die, die. Alice? Ja, ja. Der Drogenbauer. Alice ist es. Alter, ich habe voll die. Oh Gott. Hole in one in drei Schlägen vorher gebraucht. Ich rolle den Ball runter, äh, den, den Berg runter. Hallo, lass mich. Ich habe keinen Pfeil. Wie soll ich denn ohne Pfeil das Loch treffen? Siehst du? Ja, hast du den echter auch nicht. Doch, natürlich. Gibt Laser. Ehrlich? Klar. Was ist denn der bessere Weg hier? Ich habe mich für den längeren entschieden. Nein, ich lande genau hinter so einem fucking Pfosten. Willst du mich verarschen? Guck mal. Pfosten zu Pfosten. Alter. Wie viel Müll liegt denn hier? Ich kann die Map gar nicht sehen. Hier liegt echt viel Müll. Und die Pilze atmen. Das ist schon ein bisschen gruselig. So, ich bin drin. Du, Drecksloch. Du, Drecksloch. Einfach fünf drüber. Geradeaus ist der Trend. Nein. Zu schwach. Alter, hier ist ja richtig Drogenparty. Alter. Wild. Ey, du liest richtig gut. Ich nicht. Ich habe genau so einen Horten hört einen Hu-Baum vor mir. Horten hört einen Hu. Horten hört einen Hu. Horten, Horten ist ein Elefant. Mein Job. Mr. T.W., mal herzlichen Dank, dass du da warst. Have a good night. Have a good evening. Da ist der Hase von Alice im Wunderland gewesen. Da ist ein echter Hase. Ne, wo sind wir jetzt? Ich habe wenigstens Sterne und einen, ähm... Da ist es irritiert voll. Und Katzenohren. Oh, mein Lieblingsland. Süßigkeitenland. Ich bin weiß. Ja, ich weiß. Oh, Süßigkeit, scheiße. Muss man sich hier droppen lassen? Hm. Ach komm, jetzt gönn doch mal, ey. Dieses Loch ist aber auch ein Loch, ey. Mann, ey, du kack, kack, kack. Kack, 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 du. Jawohl. Bums, Fiddy. Da ist er doch. Auf einen reingekommen. Diese W.A.S.D. Scheiße. Ich wollte schon über die Bank grinden hier. Was ist denn jetzt hier? Huah, huah. Oh, oh. Jump. Ich bin daneben gejumpt. Schmutz. Huah. Attacke. Boah, man fliegt aber gut lang. Hui. Hui. Oh nein. Was? Ich finde, du bist daneben gejumpt. Der war auch schwer, der Jump. Huah. Huah. Oh, was? Das ging nicht. Ich schwöre, das ging nicht. Ich bin hier in die Kante gekommen. Ey, dieser Winkel ist scheiße. Boah, ich bin bei vier Schlägen. Ich auch. Jawohl. Ach, einfach durchziehen. Ab ins dunkle Loch. Willst du mich verarschen? Ich meine, willst du mich zerwarschen? Ui. Huah. Wo bin ich denn jetzt hier? Alter, das ist voll gruselig hier. Mann. Bin ich mit alleine. Wie, 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 wie. Wie, wie, wie. Ich erwähne, du erschreckst dich gleich. Komplinen Jumpscare. Lol. Wer war die hässliche... Wer war die hässliche Uschi da, Alter? Was ist denn jetzt hier? Nightmare-Zone. Alter, sag mal. Ah, ey, was für ein Zeitalter sind wir jetzt hier reingeraten. Einfach ein bisschen schlagen. Ey, was? Jetzt Roll oder Leben. Ja, genau. Ich bleib an jeder Kante hängen. Der Effekt ist jetzt so schlecht. Was ist das denn? Jetzt? Hä? Wer flüstert denn hier? Haben wir jetzt getroffen? I. Ja, genau. End, bitte schlagen. Als ob das so weit weg ist. Halt doch mal auf. Ich sehe meinen scheiß Schläger nicht. Ich sehe gar nichts. Ich sehe mich gesoffen, Alter. Er hat Pilze genommen gerade auf jeden Fall. Die sind überall Spinnen. Boogie. Was ist das denn? Was ist das für eine abgedritte Map auf einmal? Das ist ein Geist. Klasse Geister. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier schon wieder in so einem Loch? Was ist das denn? Ich sehe hier doch... Ich brauche mich jetzt einen gelben Ball. Total verstreamt ist Raiding. Danke für den Raid. Danke. Danke für den Raid. Anscheinend habe ich den Command nicht konfiguriert. Danke für den Raid. Ich weiß nicht, welche Geräusche ekliger sind. Schau mal vor, ich würde in echt Golf spielen und dann solche Geräusche die ganze Zeit machen, weil ich nicht treffen würde. Das ist doch eine hübsche Möp. Du willst auf jeden Fall vom Golfplatz fliegen. Der Junge da drüben macht mir Angst. Mann, was soll das denn... Wo muss ich denn hin? Was soll das denn mit dem WASD hier? Ach so. Schon wieder. Danke, dass du es gesagt hast. Mann, lese doch mal die Schilder, Kollege. Ach man, ich will Golf nur nicht lesen. Abkürzung. Oh, oh, das war scheiße. Deswegen habe ich es nicht geschafft. Nein, ich war voll auf der Kante. Ja, und ich habe es nicht geschafft wegen meiner Abkürzung. Ich bin dumm. Ich habe es schon wieder nicht geschafft, wegen deiner Abkürzung. Hä? Jetzt? Ihhh. Wo geht es hier hin? Was ist das für ein Rotz? Muss ich ins Loch? Hier fliegen Möbel. Ich bin doch richtig, oder? Ich habe den Jump nicht geschafft. Was für ein Jump? Weißt du, wo es hingeht? Ach, wir müssen auf die Brücke. Okay. Lol, nee. Uuuuuh. Ja, genau. Ja, ist klar. Jetzt bleibe ich hier im Haus hängen, oder was? Was ist das denn? Ein Fürst. Was ist das denn, ey? Wieso ist das ein Schiff? Ich schaff's Schiff nicht. Oh, was? Ja, du musst auch nicht aufs Schiff. Hä? Hä? Ich bin jetzt im Zweiten Weltkrieg. Was ist das denn? Hä? Ich komme doch nicht hoch. Auf einmal war ich bei Battlefield. Äh, wo geht's hier hin? Ich? Hä? Wie hast du es geschafft nach der Brücke? Du musst die Kamera ändern, den Kamerawinkel. Ja, aber in welche Richtung? Nach, äh, unten. Also, dass du quasi in den Himmel guckst. Dann fliehst du weiter. Aha, okay. Ach du Scheiß, jetzt bin ich auch hier. Du Arterpest. Boah, es ist laut. Mann, was hat der denn für das Szenario alles? Jetzt bin ich bei Banjo-Kazooie. Hä? Hä? Ich verstehe das mit dem Wasser hier nicht. Jetzt bin ich bei Uhren. Ich weiß, ich weiß nicht, wo ich hin muss, ne? Wo muss man nach der Salatplatte hin? Ach, auf den Tisch? Ja, auf den Tisch. Da war der Ananas. Ja, du bist jetzt richtig. Da hinten durchs Tor. Jump. Jump doch. Bin ich. Alter, ich muss nach unten gucken. Ja, da müssen wir weiter. You are the best. Goal. Jetzt kommst du gleich rein. Komm, jetzt. Jetzt. Ah, verarscht. Nimmst doch alles mit, ne? Du hast nur noch 90 Sekunden. Skill. Oh, oh, oh. Das wird knapp. Hä? Warum landest du denn auf einmal auf einer anderen Map? Das halte ich auch. Du musst dich beeilen. Meinst du, die Zeit läuft ab? Ja, auf jeden Fall. Null Sekunden noch. Wuuuuh. Das war crazy. Wow. Mann, da war verrückt, du. Äh. Das war zu weit. Ich würde sagen, das war fast so wie, als wenn du zum Friseur gehst und sagst, ich hätte gerne ne Dingensfrisur hier. Wie heißt? Eine Dauerwelle? Ne, die habe ich ja. Äh, ne, wie heißt der nochmal? Ne, ne, ne. Ach, was sagen die noch immer? Nicht die Fesch. Nicht Fesch, sondern... Ne flippige. Ne flippige Frisur. Ich war schon so lange nicht mehr beim Friseur. Weiß nicht, was du meinst. Ja. Entschuldigung. Oh, GG. Mann, Mann, Mann. Noch zwei Löcher. Ich hoffe, die wären genauso verrückt wie die anderen. Wo geht's hier hin? Einmal zum Garten und einmal wohin? Armory. Wo möchten wir hin? Armory. Okay. Achso, das sind zu schwer da nur. Achso. Ja, guck ich mir den Garten an. Äh, was ist denn hier? Okay, hier war nix. Spannendes. Ich bin in der Kanone reingekommen. Du auch? Ne. Ich dachte, ich bin hier lost. Muss wieder zurück. Lost? Äh. Die Serie? Serie? Ja, genau. Ich wurde von der Blume gegessen. Das ist schlecht. Spuck mich aus, du Tau. Oh, nein. Ich bin zu niedrig. Schon wieder. Willst du mich verabschieden? Arschen. So niedrig. Mann. Oh, jetzt. Ey, die Blume hat mich da direkt raufgespuckt. Das ist unfair. Perfekt im Winkel. Aber lag mit einem Schlag vorm Loch. Aber so müh. So ein Putin? Ein Putin, ja. Putin? Adams Kristall. Ich kann nicht schlagen. Adamas. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. GG. Weißt du doch noch gar nicht. Was war das denn jetzt? 18 Loch halt, ne? Ja, vielleicht kommt noch was. Ah, ne. Doch. Control the ball. Oh. Hold. Always hold weh. Hui. Hoffentlich kommt noch mal so was Verrücktes. Ach, du Scheiße. Bin ich hier in eine Höhle. Was ist denn hier? Bei Gothic? Huah. Lara kruft. Oder W.O.B. Game of Fire. Game of was? Ah. Game of Fire. Ja, genau. Hier explodiert die Höhle, ey. Was mache ich denn hier mit dem Golfball? Hier ist Indiana Jones angesagt. Was hättest du jetzt hier lieber? Golfschläger oder was? Teletubbies irgendwas. Oh, Game of Time. Oha. Uh. Jetzt wird gezeitreißt. Alter. Juppie. Boah, das ist voll crazy, das Level. Wir sind bei uns auf Mars. Alter, das kann ich nicht, ne? Hier. Ich kann hier nichts erkennen. Wow. Skill. Äh, wie hieß die Serie nochmal? Äh, äh, äh. Hä, wie soll ich in China? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Renegade, ne. Mit dem Tor, ne? Ja, ja, ja. Höh. Okay, FSK 8. Oh, Tete. Toll hier. Oh, geblurrt. Direkt geblurrt. Oh, ah. Äh, wie heißt das denn? Wie hieß das denn nochmal? Stargate. Stargate, ja. Stargate, ja. Wer hat das reingeschrieben? Das ist Divinity. Divinity. Definitiv. Wer hat was reingeschrieben? Stargate, hat das jemand reingeschrieben? Nein, da bin ich drauf gekommen. Wo muss ich hin? Ach, ins Loch. Ins Grab. Von Tutelich Amun. Ich bin unter Wasser, ist das richtig? Nein. Ach du Scheiße. Hier ist ein Auge. Hä? Hä? Wo bist du denn jetzt? Wo bin ich? Ich hatte hier Thanks for Playing. Jetzt guck mich so ein Auge an. Hallo? Wo muss ich denn hin? Ich hab einen Condor. Äh, du musst jetzt... Genau, und jetzt musst du gleich nach unten, wo der Pfeil hinzeichnet. Nach unten, in der Mitte. In der Mitte. Da ist so ein Sarkophag. Da musst du rein. Ja, genau. Du tut eigentlich Amunis, hab ich das gesagt. Da war ganz schön tief das Loch. Ja, ja. Da ist das Auge. Aber da stand doch... Fallsehene Auge. Und du probierst, ähm, weh nach vorne. Ja. Ich kann nicht springen. Nee, darfst du ja auch nicht mehr. Das Auge guckt dich an. GG, ey. Ich bin ein Hase. GG. Ja, nice. Cool. Ich krieg einen Daumen nach oben vor mir, weil so verrückt war. Yo. Das ist voll crazy.